Hallo, hier ist der Martin von Man and Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 7.04.2021 Und ja, unsere Daubel, die wir mal gestern hier reingestellt haben, die Friedensdaubel, die die fröhlichen nach oben fucht und so, die guckt hier ein bisschen blöd aus der Wäsche. Ein kleiner Geier-Sturzflug. Wir haben ja eigentlich gestern darüber gesprochen, also letztendlich hat er, das sollte eigentlich gar keinen großartig überrascht haben, was er hier getan hat. Unsere Erwartungshaltung war ja schon, dass er oben reinkommt, so um die 3,50 hier in dem Bereich rum und dass er dann durchaus auch mal ein bisschen nach unten spucken kann. Dass er 4,65, 3,50 da halt durchaus auch ein bisschen ein Brett vom Kopf hat, auch aus dem Tagesschart. Und wenn da eben rote Kerzen kommen, dass er auch mal ein bisschen was länger wieder zurückkommen kann, als man das die letzten Tage so kannte. Im Nachthandel sind wir tatsächlich auf dem Future schon sogar auch höher als 3,50 reingekommen. Der hat dann schon in der Nacht ordentlich auf die Mütze gekriegt, so gegen 2 Uhr, hat es den mal auf 2,40 runtergeschlagen. Innerhalb von 15 Minuten hat er sich wieder ein bisschen hochgekrabbelt hier, auch zur 8 Uhr Eröffnung, 9 Uhr Eröffnung nochmal ein bisschen nach oben gestrampelt. Ist aber grundsätzlich den Tag über gefallen, hat vor allen Dingen das Gap zugemacht. Und so Gap zuzumachen, das ist was, was er in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft macht. Was aber nicht unbedingt für eine absolute Trendstärke spricht, weil letztendlich hat er einen Exhausting Gap gebaut. Also wenn man es mal wirklich rein nach Definition sieht, hier, wenn wir mal hier drauf gucken, dann ist es ein Aufwärtsgap, was nach einer Übertreibung im Aufwärtstrend gekommen ist und abverkauft wurde. Und das ist eigentlich schon mal ein Zeichen für Trendschwäche. Und das passt eigentlich auch gut auf das, was wir die letzten, oder was wir gestern insbesondere erzählt haben eben, dass hier auch durchaus jetzt mal wieder ein bisschen mehr Gegenwind kommen kann. Wir wollten das ja eigentlich schon am Donnerstag sehen, da hat er halt zu spät erst gezündet mit seinem Späßchen, sonst hätte er das bestimmt auch schon am Donnerstag durchgezogen, dass er ein bisschen mehr auf der Gegenseite ausgeschlagen hat. Und so hat er eben das jetzt über das Aufwärtsgap abgewickelt. Also das gäbe es auf jeden Fall erst mal zu. Wir sind ja reingelaufen. Man muss jetzt da ein bisschen aufpassen, wenn er zum Mittwoch jetzt dann ein bisschen schwächer reinkommen sollte, ist der Bereich um 115.115 und 15.100 hier nicht ganz zu unterschätzen. Na, es kann durchaus sein, dass der sich hier kurz reinschlägt und dann relativ hart auskondert, also vielleicht so kurz vor 9 Uhr hier ankommt und dann aber eine harte grüne Kerze bis hochzieht. Und wenn die so bis 2.30 geht, dann muss man schon wieder aufpassen, weil dann kommt bestimmt da oben nochmal ein Dip hier rein in die 3.50, in die 3.20, vielleicht sogar bis in die 4.15 rein. Und dann aber schon wieder abwärts könnte sich vielleicht ein SKS bilden. So, was würde an so einer Stelle hier gut passen, weil wir haben auf Tagessicht eben hier einfach jetzt ein Brett liegen, ein deutliches Brett vor dem Kopf. Und das kann den DAX ein bisschen aufhalten und eben auch Gegenwind erzeugen, sodass ich von 9 rücksetze, also von 9 an, wie, wie, was würde ich sagen? Ich möchte sagen, wenn er anzieht nach oben, glaube ich, dass er durchaus nochmal ein neues hochschafft, aber dort wieder abverkauft wird. Das ist meine Erwartungshaltung, sodass wir hier wirklich wieder ein bisschen mehr Action auf beiden Seiten einfach sehen könnten. Und ein Szenario wäre jetzt halt einfach schwacher Mittwochsstart hier unten rein, so in die 115.100 rein. Dann eine harte Konter und dann klickert er sich wieder hier hoch, macht vielleicht in den Donnerstag rein, dann hier nochmal drüber. Vielleicht sogar schon Mittwoch, das kann auch zum Mittwoch schon durchaus schaffen. Hakt dann hier Donnerstag und bringt dann nochmal eine Fuhre nach unten. Deswegen würde ich hier einfach jetzt in dem Bereich ein bisschen aufpassen. Es ist nämlich eine Unterstützung, die wir auch hier zum Mittwoch schon angelaufen haben. Und wenn er sich da jetzt wieder zu sehr nach oben stabilisiert, dann würde ich ihn einmal drüber laden. Dafür kam es auch recht ruhig so. Es ist jetzt nicht hart nach unten weggeschlagen worden, sodass man jetzt sagen muss, das wird jetzt das Jahr, das Hoch der nächsten 10 Jahre bleiben. Und das ist schon, das ist schon, er ist halt den ganzen Tag in die Korrektur gegangen und hat gerade mal den Gap-Kloss zum letzten Handelstag zugemacht. Also das ist jetzt auch nicht so die absolut schwache Leistung, die man sehen kann. Das ist erstmal ein Rücklauf auf eine Unterstützung. Okay, dreht er sich jetzt aber hier wieder nach oben und geht auch so über die 2.30. Ich würde die 2.30 als Maßstab nehmen. Ja, würde er sich dann eben Platz nach oben machen. Dann wäre die nächste Anlaufstelle die 2.85, 2.90 hier. Und dann würde er auch nochmal über die 3.00 gucken. Dann 3.20, 3.50 in den Bereich rein. Das glaube ich schon, wenn er eben sich jetzt wieder hochwindet über 2.30. Sollte das nicht zum Startgleich kommen, wäre wie gesagt um die 115, also die 15.115 hier eine gute Chance, um sich so hochzudrehen. Ja, und ansonsten alles, was dann tiefer geht, hätte schon eher Platz, dann deutlicher zurückzulaufen. Station 1 wäre dann hier die 15.030 rum. 15.030 bis 15.000 rein. Und wenn er sich da durchfrisst, dann geht er sogar noch tiefer. Dann geht er bis in die Zone hier rein. 14.830 bis 14.800. Ja, so das sind so die 3 wichtigen Zonen, die auf der Unterseite jetzt interessant sind. Wenn er weiter schiebt, halt, ne, das ist die 15.115 bis 15.100. Das ist die 15.30 bis 15.000, ja, im weitesten sogar bis hier 14.965. Aber der Knackpunkt liegt bei 15.030 bis 15.000, bis genau 15.000, ne. Und wenn das auch nicht halten kann, dann wird es bestimmt ein bisschen tiefer. Ich gucke mal jetzt, ob wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Pfeil mit reinstellen. Ob das passt, also sowas, das könnte ich mir zum Beispiel jetzt hier gut vorstellen. Dass er hier jetzt einfach nochmal anfängt nach oben, nach oben zu trudeln. Und ansonsten, wenn er da eben tiefer geht, dass er dann, dass er dann nach unten halt einfach das mal ausnutzt, ne. Dass er mal wieder ein bisschen Bewegungsspielraum nach unten macht. Und wenn wir das mal hier so ransetzen, so eine 61er Korrektur von hier. Das dürfte auch etwa an dem Bereich hier rumliegen. Von daher ist die 14.800, 14.030 wahrscheinlich eine ganz gute Orientierung erstmal, ne. Können wir dann später noch weitergucken, je nachdem wie schnell er hier ankommt. Jetzt muss er erstmal zeigen, was macht er aus der roten Tageskerze. Denn es ist ganz klar eine geworden. Hier ist die Eröffnung gewesen, selbst im Gsetrad-Chart müsste das eine rote Tageskerze geworden sein. Er hat hier eröffnet, hier rausgegangen. Und von daher ist es doch genau das, was wir haben wollten halt. Also, ich finde es schön. Ich freue mich, dass der Dachs auch mal wieder ein bisschen rot spuckt. Bringt mal wieder ein bisschen Bewegung rein, auch in die andere Seite. Das ist schon ganz schön ruhig geworden. Die meisten sitzen noch ihre Shorts aus und hoffen, dass er irgendwann mal wieder runterkommt. Und das sieht für diejenigen zumindest ganz gut aus. Also, ich glaube, er würde momentan mehr Leuten noch einen Gefallen tun, wenn man wieder ein bisschen zurückkommt. Also, wenn er weiter steigt. Ich glaube, da hängen noch viel, viel, viel mehr Leute in offenen Positionen fest. Das heißt, auch wenn man ganz klar sieht, dass hier einige gezwungen wurden zum Aussteigen. Also, gerade der Future mit der hohen Future-Eröffnung. Jetzt haben wir ja nicht alle nur Derivate, Hebelprodukte und Sonstiges. Jetzt sind ja auch viele im Future unterwegs. Da hat es bestimmt ein paar nackig gemacht. Also, das ist auch scheißegal, ob du CFD-Optionsscheine oder Future-Handeln. Wenn du nicht richtig handelst, irgendwann macht der Markt dich nackig halt. Das gibt es bei allen Produkten und im Future-Bereich halt besonders reizvoll. Einfach, weil Gaps wird ein bisschen mehr wehtun einfach halt. Und man die Leute natürlich auch sogar leichter noch rausgezwungen kriegt, wie im CFD oder in irgendwelchen Optionsscheinen, Zertifikaten und so weiter. Und der ist halt richtig hoch reingekommen. Und das wird er nicht ohne Grund getan haben. Und dann wird es einige glattgestellt haben. Deswegen hat er sich auch schön nach unten gespuckt dann gleich. Also, das auf jeden Fall. Das ist genauso, wie wir es haben wollten. Können da noch ein I-Tüpfelchen draufsetzen, wenn er sich jetzt zum Mittwoch nochmal hoch fühlt und zum Donnerstag nochmal so eine richtige fette Hin- und Her-Kerze hinstellt. So eine richtig lange Tageskerze, die dann ein Doji bildet oder irgendwie was in die Richtung. Oder die so einen richtig langen Docht oben drauf hat. Dass vielleicht drumherum dann noch eine PG entsteht. Irgendwie sowas halt. Dass er wirklich sichtbar eine Wende reinkriegt. Das ist aber auf jeden Fall schon viel wert. Und das sollte man auch nicht ignorieren, was er hier getan hat. Das sind rote Kerzen wieder. Zumindest ist es prägnantere rote Kerzen als grüne. Carmen Grün hat also direkt ausgekontert. Das ist, der zeigt rot jetzt erstmal wieder. Das heißt, wenn er sich jetzt nicht das direkt wieder rausnimmt und uns hier in die 15.230 rein startet, dann sieht das auch erstmal ganz gut aus, dass da vielleicht noch was hinterherkommen kann. Die 15.230 wäre von unten übrigens auch eine Widerstandsmarke, um sich von dort wieder nach unten zu drehen. Und ja, sieht es erstmal zumindest ganz gut aus, dass vielleicht auch noch ein bisschen was hinterherkommt. Ich glaube, das wird vielen gefallen. Da wären viele drauf gewartet haben, drauf gelauert haben, wie auch immer. Dürften wieder einige ein bisschen glücklicher gestimmt sein. Insofern drücke ich die Daumen, dass er hier noch weitermacht. Also mir ist es grundsätzlich jeden Tag egal. Wenn ich mich einfach so positioniere, dass es mir egal sein kann, ob er hoch oder runter geht. Wenn er das nicht macht, was ich will, dann kommt da ein knapper Stop los und dann ist das raus. Und wenn er so läuft, wie man haben wollen, dann holen wir uns da halt die Punkte. Und deswegen bin ich da etwas neutraler. Was es mir auch leichter macht, die Analysen zu erstellen und dann halt auch einfach klipp und klar zu sagen, hey Freund, ich sehe, dass der steigt. Oder eben wie jetzt, hey Freund, ich sehe doch, dass er jetzt fällt. Dass er jetzt mal rote Kerzen rein strudelt. Und gerade diejenigen, die jetzt noch lange drinnen saßen und vielleicht nicht genug gekriegt haben, die gierig geworden sind, oben nicht rausgekommen sind, die kann er jetzt auch unter Druck setzen halt. Ohne, dass er unten zu viele bedient halt. Meistens hier rein oder da unten oder hier in dem Bereich. Hier sind gar nicht mehr so viele reingegangen. Und von daher, auf jeden Fall, guck mal ein bisschen. Ich glaube, der kannst am Mittwoch noch unten noch was drunter stellen. Das würde ganz gut reinpassen. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schnell auskontern. Weil noch ist er ja in der Marktgewalt der Bullen. Er ist noch in einem Bullischen, in einem positiven Chartlager. Kann sich sehr, sehr, sehr leicht nach oben wieder aufdrehen, weil er jedes Mal, wenn er auftritt, sofort wieder Druck auf all die Bau, die hier Schieflagen drin haben. Die sind sofort wieder unter Druck. Und dann werden die wieder zur Reaktion gezwungen. Und das wird immer wieder ein bisschen nach oben so klatschen halt. Aber ja, wir gucken jetzt mal. Ich glaube, ein bisschen was kann noch gehen zum Mittwoch erst mal. Und wenn er sich doof anstellt, macht er vielleicht sogar bloß den. Und dann kommt da Donnerstag, Freitag hier noch eine hinterher. Das wird da eigentlich ganz gut reinpassen, so in die Richtung. Aber da muss er mitspielen halt. Wenn er jetzt gleich 2,30 hoch startet und sich wieder über 2,90 kämpft, dann ist es positiv, dann ist es bullig. Dann weiter hoch, 3,50, 4,15, 4,65, 6,50. Alles, was da oben noch kommt im Tagesschau und so weiter. Aber wir haben es ja hier sogar so eingezeichnet. Ich glaube, das haben wir noch in der Analyse gemacht. Das habe ich nicht nachträglich reingesetzt. Dann noch für die Geschriebenen. Wir hatten es ja so gezeichnet. Dass er hier oben eben an seiner Kalkante einfach mal ein bisschen reagieren kann, dass das üblich wäre. Da haben wir jetzt eine rote Kerze bekommen. Also zu viel sollte man dann auch nicht von ihm verlangen. Das ist das, was wir haben wollten. Das kommt. Und wenn er jetzt noch nach unten anfängt zu schieben, dann ist auch halt Platz hier. Bis 800, sogar ein bisschen tiefer hier. Fast sogar 700 rein auf der Ebene. Dann zeig mal, Dax. Zeig mal, dass du wieder fallen kannst. Also ich glaube, da klatschen viele hier in die Hände. Ja, gucken wir uns den Mittwoch mal an. Aber vernachlässigt das nicht, dass der noch in der positiven Schadlage ist und sich auch leicht, einfach weil er leicht Druck auf die Shorts bringen kann. Der kann da leicht Geld verdienen. Der kann sich das holen halt. Und das wird dann bestimmt nutzen. Deswegen passt da ein bisschen auf, wenn der da hier aus so einem Bereich hart wieder nach oben anzieht oder grundsätzlich vielleicht gleich hart rein startet. Das glaube ich nicht, aber man solltet es nicht unterschätzen halt. Es ist noch eine positive Schadlage. Das ist halt einfach so. So, ich mache dann hier das Video zu. Ich hoffe, ihr habt was für euch mitnehmen können, um hier bis zum Wester durch den Handelstag zu kommen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag. Holt euch eure Punkte und startet den Dax schön aus. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.